Wir gehen mal Pause. Gießen wir mal? Probieren. Ja, das ist ein Target Stick, du kannst es drehen. Geh es mal, probieren. Yes. Schür, sehr gut. Ein Luft. Prima. Genau. Und die Flossen. Super. Gut. Langsam. Du machst es ja nicht so schwer. Immer gerade. Junge Mann, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Geh mal mit dem Fuß auf. Jawoll. Super. Flossen hoch. Yes. Dann mal schnell auf. Hinten mit dem Fuß auf. Ja. Sehr gut. Nur mit dem Fuß. Gerade, gerade. Ja, nur mit dem Fuß. Mach keine so mehr. Fuß hier auf. Fuß hier auf. Ja, probieren. Gut. Super, klasse. Gut. Ein Luft. So bist dein Held. Prima. Und die Flosse. Yes. Flossen. Flossen. Gießt noch. Ui, ja. Komm mal auf. Flossen. Super gut. Flossen. Yes. Pause. Erstmal. Du bist. Flossen. Puh. Also.